Sogar im Libanon waren die Schwingungen des Erdbebens spürbar. Das berichtet Österreichs ehemalige Außenministerin Karin Kneißl, die seit vergangenem Jahr mit ihren Tieren im Nordlibanon lebt. Meine Hunde und Katzen wurden wach und liefen in den Garten, berichtet sie. Die aufgeregten Ponys schrien. Gleichzeitig sei sie dankbar, dass das Haus nicht getroffen ist. Vom Erdbeben blieb die Region demnach verschont. Es gebe hier nur massiven Regen und Wasser überall. Eine Libanesin mutmaßte auf Twitter sogar. Das muss ein Erdbeben in Beirut gewesen sein. Meine ganze Wohnung fing an zu wackeln. Ich fühle mich tatsächlich seekrank. In einem anderen Tweet unterstreicht Kneißl. Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist ein Drama für Tausende, die ohnehin ums Überleben kämpfen müssen. Meine Gedanken sind bei euch, euren Dörfern und Tieren. Die Tragödie könnte aber ein Anlass sein, die politische Annäherung zu beschleunigen, um sich gegenseitig zu helfen. Die Ex-Ministerin verließ im vorigen Jahr ihr erst kurz zuvor eingerichtetes kleines Haus in Südfrankreich, um mit ihren Tieren in Sicherheit im Nahost zu leben. Eine Gratiszeitung verriet ihren Wohnort im Libanon. Andere Journalisten schwiegen darüber, um Kneißls Sicherheit nicht zu gefährden. Wegen ihrer Haltung im Ukraine-Krieg erhielt die ehemalige Außenministerin schon Morddrohungen von Ukraine-Unterstützern. Morddrohungen von Ukraine-Unterstützern